und wo ist der bräubolf jetzt wie dich hat es auch ein bisschen was und die glaube ich habe ich erst gelootet bei meinem spiel 33 nimm den rucksack das gibt es doch nicht aber legt mich doch am spiel das gibt es doch nicht zwei schläge von dem sack zwei schläge wer ist irgendwie was ich will kein benzin mehr jetzt nicht mehr hier ist eine schreierin von der türe zu info so jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr habe sie geköpft was hast du danke ja super wir haben noch eine schreierin ich bin aber nicht mehr da eine habe ich geköpft eben ist wo ich mein rucksack und dann komme ich wieder nach hause zwei schläge das gibt es doch nicht wann haben die so viel saft zwei schläge hause hat 75er game stage ach du scheiße ich bin nur kurz aufgefallen ja und die sterben wieder ich will den weg nicht dreimal das kann doch nicht wahr sein und noch nicht mehr schreierin und ich wurde ihr leute ja ja doppel b ist klar heute gehe ich aber nicht nur in orden für sterben oder wer von euch hatten die spiel roma die ich gefunden hatte ich habe ich zieh mal ich zieh mal alles mit mir hinter mir her hier ist doch jetzt die drinnen beißen wollen na toll das macht doch doppelt spaß das kommt noch immer noch die semi hier ist doch jetzt ist noch eine schreierin ab da ist der wolf der wolf zum zu nö kopsi sag mal stirbt die mal irgendwann oder nicht das gibt es doch nicht wie viel sind denn hier 20 schreierin oder was ich bin schon wieder tot und noch ein schwarzer wolf ja supi läuft den habe ich noch vorher auch erwähnt das ist der eine ruine und der ist jetzt nicht mehr da jetzt ist er hinter der ruine der war eben noch in der ruine ja jetzt ist er hinter dran und ich habe nur 18 zombies so geschätzt hinter mir und die schreierin oh man ich habe nur ein kleines problem ich krieg dir nicht gekehlt alle wissen ungefähr fünf zombies so viel ja alter ich muss aber genau den kopf treffen wenn ich nicht den kopf treffe habe ich ein problem oh man es gibt es doch nicht boah wo will der denn na na wolf na wolf wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der wo kriege ich meinen rucksack heute nicht mehr nice wo ist mein scheiß rucksack ja schon wieder ja hier sind ganz viele schreierinnen und ganz viele zombies und der wolf ist jetzt direkt vor der base jetzt ist er wirklich dort weiß wie fest steckt der ich weiß es nicht 40 pfeile 50 man explodiert doch einfach mal du scheiß bum bum leider waren die zombies zu langsam sonst wären die gerade noch mit den jordan gegangen ok die ist glaube ich nicht immer noch nicht da und jetzt ist sie aber doch eben bei mir auch ein schlag und weg echt übel wollte ich nicht brauchst du doch Zement hier oder nicht ne ja Zement wäre nicht schlecht so 200 oder 300 achso nix meinst du ja ne ich brauch nix er braucht nix ich brauch nix ich brauch nix ein Zement mit da könntest du wow ich geh ja komm erst mal zurück äh rechts von recht nette vorsicht die haben sich alle eben über mich äh lustig gemacht wer die ungefähr 1 2 3 4 5 7 8 12 zombies du was machen die ja das ist ja schlimm ja er schließt nur die luft in der tat alter wie das liegt toll leeres glas ich hätte jetzt eher munition verlangt oder so das okay ich nicht so rum ja mal auf die aufgehen ouch und ich sterbe ich komm wieder nach hause gerannt ich dachte du stirbst naja mit 65 helft 60 59 50 50 könnte auch hin kommt bei 20 aufhören ich weiß es nicht 43 ok ich hab noch 43 mit oh man versteckt doch wieder jemand gegen die wir haben zwei demolitions rechts von der base ich bin noch nicht mal fertig mit grundlegenden absichern ich komme gar nicht soweit ich komme nicht soweit das waren wir hier ganz viele zornen das war der schwarze wollte gerade deine richtung kommen war bestimmt der schwarze der hat sich jetzt wahrscheinlich eine gute stelle ausgesucht oh scheiße okay da war gerade an dem manischen im haus da ist einer im haus hallo hierher komm 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 hier raus schön hier raus kommen wo ist denn das das was leuchtet ja das war nichts hast du so hab ihn weg damit gut ein dead weniger das ist das was ich bei denen gelernt habe ja das ist eine gute idee wir sind jetzt auf vier summys und proxy nimmt den hawaiianer wenn die hawaiianer ihn nicht töte, töte ihn ich wollte gerade sagen ich höre da noch was ach man shit frau schmidt jetzt gehe ich echt aber es ist echt knapp 7 ich überlasse euch mal die die leichteren zombie schweiß scheiße ja die stripperin für mich jetzt ich hätte auch schon die stripperin ja irgendwie brauchen wir ganz viel holz hier nochmal 5,6 ah so na geil alter schmiede das hat hier alles kaputt ey das hat hier alles kaputt ey ja ich weiß noch nicht wo mein rucksack kriegt weil ich jetzt so oft gestorben bin ach so oh scheiße was war das denn ich hab auf das video auf den boden geschlagen ach und eben den bug noch nicht gefixt der gleiche wie das letzte mal noch oh man ja der gleiche bug ich dachte nicht dass das so groß noch ist ja ja aber jetzt weiß jetzt weiß wie mir das neulich ging ach jetzt ist der schon wieder da ja dieser blöde ferale herr prall bleib so mal stehen da unten das ist nicht wahr hast du ihn noch? joo dankeschön so gönn dir mal ja thank you very much ach ja hast du dein Zeugmucki? oh danke dann kannst du hier gleich kaputt einsetzen ja statt ich weiß nicht wann du das dann noch ach du wertest das dann noch weiter auf ja ich wurde ja unterbrochen von äh bieb 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 nochmal auf gut lück also nie vorurteile oder so aber die rocker sind böse die rocker sind böse bierke grüß dich wie geht's dir? ja der bierke müsste heute auch freigeabt haben ja ja der herr breim die sind ja auch gepanzert ja die sind ja gepanzert die röcke äh so ein bisschen ne also hier hätten wir einen Wasserturm gehabt gleich nebenan aber den hätten wir aufschlagen müssen das ist nicht schlimm fürs nächste mal also die sind nur noch unterwegs äh äh ich wollte die noch dicht machen ja aber eine Reihe drum wollte ich eigentlich legen aber ich weiß nicht warum wer so mitten in der luft steht oh okay geht mal alle arbeiten leute brutto sozialprodukte und so steigern das ist ja nicht meine frau auch kommt kommt dienstag stehe ich auf sagt mein frau zu mir ich muss nur noch morgen arbeiten dann habe ich was mit nicht dass mich das jetzt so in den genauer sind also morgen auch frei er hat deutsch ne brause das ist ich will halt meine sonntagsbrötchen haben hier sind so acht acht das sind ungefähr acht so viel da hinten kannst du schon mal das bike setzen das blöde ist nur da kommt einer von rechts noch Richtung osten ist noch eine die müssten wir noch irgendwie wegkriegen rechts von uns hier ja nicht schon wieder einschlag und ich bin schon fast tot es ist doch kacke Aua 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 Oh Gott ist aber auch fast Schwierig hier ist ein Pornshop Pornshop nein ein Porn P-A-W-N achso oh nicht noch einer ein Rocker kommt jetzt noch angerannt oh ich komme hier nicht zum arbeiten so kann ich es nicht arbeiten genau äh ich habe ja noch 39 Feiler ganz toll ja hier kommt noch ein so keiner von beiden Seiten naja super wenn der Arbeitgeber das heißt ich meine es gibt einen Sonntagszuschlag ne äh äh wenn der Sonntagsarbeit ist oh shit oh shit der ist zu schnell wollte ich sagen er ist zu schnell alter Vater eine gescheffelt und weg jetzt wird es aber ganz schön knapp mit äh die Fenster fertig machen Scheibenkleister wo ist mein Rucksack gut zum geier ist mein Rucksack komm her ja ich sehe mein Rucksack nicht bin ich doof oder was wird er noch angezeigt wird er noch angezeigt er wird noch angezeigt aber er ist weg hier ist er ich habe ein alter und pass auf die Krieche oh naja 21 27 ich glaube ich werde nicht mehr viel reparieren da unten äh äh hier hinten ist auch glaube ich noch was das sieht aus wie eine Bank aber es ist keine Bank äh äh da kommt noch ein dicker rein lass das mal weggehen gut die konstruktion ist aber so dass dann auch ein zombie hochkommt ne ja man kann ja auch was wegnehmen da müssen wir aua äh bis noch unten boah komm hoch ja die auch sagen ich hab nochmal 50 Spikes und 100 Kappel Alter Falter 8 Tode es ist nicht mehr fix ey nachtzuschlag sonster zuschlag also ich konnte absolut nicht mehr normal ob ich den jetzt was zu tun hatte der erste Gehaltscheck kam dann wollte plötzlich alle ja feiertagszuschlag heute äh ich versöhne ich werde das übertrieben und meiner Meinung nach müssen sonntags alles geschlossen sein die Leute sollen auch mal einen Feiertag haben äh da gab es sonntags auch keine frischen Brötchen vom Becker ne selber aufgebacken wieso muss jetzt alles immer 24 weil wir in der Neuzeit leben und es muss alles schnell gehen sofort sein und hier und da darum ist das so das ist wichtig das ist der einzige Grund dabei aber wiederum sollte man sich dann wenn es wirklich schnell gehen soll und alles so hektisch gehen soll sollte man sich mal ein Beispiel an die Japaner nehmen die schaffen es auch den Spagat zwischen Tradition und Hightech zu kriegen und äh das ist sehr gut naja die wecken sich gegenseitig in der U-Bahn weil sie da mal irgendwie ihr Mittagsschläfchen halten bei der Fahrt äh kurze Frage äh und Japan ist das ist das Land mit der höchsten Selbstmordrate äh äh ja Spagat ist halt schwierig ne und irgendwann ist der Spagat etwas größer als die Beine lang sind was auf viele Punkte deswegen frag ich naja mach du dann mach du das mit der Intelligenz weil ich bin woanders dran äh guter Punkt äh 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 bis auf Clay eigentlich genug haben bei den Japanern müssen die schon die die Bürofenster alle abgibt weil die Mitarbeiter aus der Fenster springen ok ok sagen wir mal so die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit äh äh sprich modern und Tradition äh zerreißt manche so etwas leicht ja gut das ist aber auch wahrscheinlich der sehr sehr großen Anteil Tokio ne das ist ja auch das ist auch die Mentalität der Japaner die nehmen keinen Krankenschein die nehmen Urlaub und die haben nur irgendwie 10 Tage Urlaub die kippen lieber tot um als einen Krankenschein so machen oder sowas das machen wir eigentlich jetzt im weckten Tag ich soll ja auch noch ein bisschen Müll hier rein ich soll ja auch noch ein bisschen Müll hier rein ich soll ja auch noch bisschen Müll hier rein da bräuchten wir so ein paar tausend äh Flagstones äh 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 ja ja das habe ich jetzt bei den Fenstern gemacht jetzt äh äh mach ich ja Flexstones die sind weniger kosten weniger ja ohne konkret bringt aber auch nichts ne äh 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 nur weiter aufgewertet das ist die die am meisten abbricht ja welche zweite Reihe ach so die was die Schlag äh Schlaghöhe oder was äh äh nehmen wir dann Spikes Spikes plus zwei Block gleich Schlaghöhe wenn die draufstehen ne ich würde die zweite Reihe nehmen also die die zweite insgesamt ja weil die Spikes ja jetzt schnell kaputt gehen ich will von der Cobblestone sind auch in der Kiste hier falls du irgendwas vorbehalten magst wo bist du denn da hier in der linken aber ich nehme mir mal ein Refekt äh äh wieso kriege ich nicht auf weil ich meine Finger drin hab ah ah jetzt ich hab parat bei ah okay okay das sieht schon deutlich äh 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 soll ich das Schweinkel geht ihr mal drunter mit dem Messer äh äh soll ich auch gleichzeitig noch versuchen doppel doppelwandig zu machen sehr nice hier ist noch ein Hase vor des Beibes jetzt sind auch noch oh warte mal äh den Hase brauch ich nicht an warum ah ja äh äh ich hab'n ich hab'n hunting knife habt ihr auch eins ja ich kümmere mich drum ich bin hier unten okay wo ist ein Lootback äh hier bei dem Aufgang wo das Auto war ne ne auf den Asen kannst du hier anpacken ja ja mach dir erst mal um den Hirsch ne mach dir eher Sorgen um äh Hühnchen und so ach dann hab'n dann hab'n ja schon ewig keins mehr gesehen hm Alter äh Birki dankeschön für deinen Zapf schon im zweiten Monat komm mal raus ja 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 äh irgendwas äh ja ich würde da auch hochkommen irgendwas rennt da rum der eine ist weg komm mal raus ach wo raus gehen wir runter besser dem ab raus schreierin äh ja was hast du denn da oben für mich ein Headshot ja bist du denn überhaupt ich hab'n gesagt wie soll es nachkommen ich hab'n gesagt du willst was von mir ich hab'n gesagt du willst was von mir ebenso was denn in der Lootbox äh die ist unten im Haus was wie ist die da reingekommen irgendwo ist alles irgendwo ist offen ja die ist direkt unten drunter scheiße ja toll Oh oh grün echt jetzt schon ich sehe die Frau nicht wie ist in der Toilette oder? ja rechts irgendwo da unten ja Scheiße das hast du ja auf eine andere gerufen oder? oh man oh nicht gut mh grüne Mutter von Norden Hier rechts in der Toilette, wo die grüne Mutter auch gerade reinkommt. Ich konnte keinen Spike setzen bis jetzt. Ja. Shit. Schreierin ist da. Eine, ja. Schon kommt noch eine. Oh mein. Mach zu, mach zu. Die kommen mit uns hoch. Ich prügel das weg gerade. Er ist oben. Einer kommt oben. Ich habe ihn weggenommen, den Frank. Die fahren jetzt wieder runter. Ach du Scheibe. Genau. Das sieht echt gut aus. Äh. Vorsicht. Alter Vater. Hau mal rein. Ja. Warmstück. Warmstück. Ja. Ein bisschen Licht gleich. Ja. Ja. Okay. Nochmal. Ja. 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 Ja.